Hallo liebe Leute, ich begrüße euch zu einem weiteren Video aus meiner Serie Energie und Klima und zwar der Plan B für das Klima. Und heute geht es nicht konkret um den Plan B, da hatte ich ja schon allerhand Videos gemacht, sondern ich möchte eine Buchbesprechung machen und zwar über das Buch und das habe ich hier, das Ende des Kapitalismus. Und dieses Mal, in diesem Video, werde ich nur den Inhalt beschreiben und dann gibt es einen zweiten Teil in einer Woche, ist ja mal freitags, das mit dem Klima und der Energie, da machen wir eine Diskussion bzw. Stellungnahme von mir. Also heute der Inhalt dieses Buches. Und hier haben wir das Buch nochmal in groß, das Ende des Kapitalismus von Ulrike Herrmann, Kiepenheuer und Witsch aus dem September 2022. Und ich war vor einer Woche ungefähr auf einer Live-Veranstaltung mit Frau Herrmann und die haben zu zweit, da war also ein Vertreter des Kapitalismus, es geht ja um das Ende des Kapitalismus, da war ein Vertreter des Kapitalismus hier in der Schweiz dabei und zu zweit haben die da über die Thesen von Frau Herrmann diskutiert. Und das war rappelvoll, das hat die Leute wirklich interessiert. Ich saß da auch und deswegen habe ich gedacht, da muss ich jetzt auf meinem Kanal aber ein Video dazu machen. Und dazu habe ich dann gelernt, muss ich vielleicht erstmal den Inhalt des Buches darstellen und dann im zweiten Teil eben vielleicht auch eine Stellungnahme oder eine Analyse von meiner Seite. Ja und mal ganz kurz, was steht denn da drin? Was steht denn da drin? Es geht um das Systemkapitalismus. Und zwar die Thesen von Frau Herrmann sind die folgenden. Denn der Kapitalismus beruht auf Maschinen und Maschinen müssen, brauchen Geld. Sie müssen, es braucht Investitionen, um Maschinen zu kaufen, die sind teuer. Und damit man die dann zurückzahlen kann, diese Schulden, die man gemacht hat, also diese Investitionen, muss man eigentlich noch mehr Maschinen kaufen. Also es braucht Wachstum. Also das erläutert die Frau Herrmann dann in ihrem Buch noch ein bisschen genauer. Auf jeden Fall gibt es dann nach ihrer Meinung im Kapitalismus so eine Wachstumsspirale. Ohne Wachstum geht es nicht, weil man immer wieder Kredite aufnehmen muss und die muss man zurückzahlen. Und das geht nur, wenn man mit der Firma, mit der man die Kredite aufgenommen hat, dann noch mehr Gewinn macht. Und so gibt es also nur die Möglichkeit zu wachsen oder alternativ es schrumpft und dann im Kapitalismus und dann ist eben die Firma pleite. Ja, das bedeutet aber, weil Maschinen immer Energie verbrauchen, dass der Energieverbrauch, und das ist eben größtenteils fossil nach wie vor, immer weiter wächst und das sei dann das Ende der Menschheit durch den Klimatod. Und sie schlägt vor, also oder beziehungsweise sie beweist, dass es keine andere Möglichkeit gibt als das, was sie als grünes Schrumpfen bezeichnet. Eine geschrumpfte Gesellschaft auf der Basis von Sonne und Wind. Und da nur so mit der geschrumpften Gesellschaft und wie die genauer ausschaut, das werden wir in diesem Video dann noch ein bisschen näher erläutern, ist das Überleben der Menschheit dann einigermaßen gesichert. Das heißt, es geht um Leben und Tod der ganzen Menschheit und es geht nur mit grünem Schrumpfen. Das beweist sie mit einer logischen Schlussfolgerungskette. Und die will ich hier darstellen. Ja, das ist Ulrike Herrmann, Hamburgerin, Bankkauf-V, hat sie gelernt, steht jedenfalls in dem Buchdeckel drin. Dann hat sie Philosophie und Geschichte studiert und sie ist Journalistin bei der TAZ in Berlin. Buchautorin, viele Bücher geschrieben und einige von den Büchern, oder vielleicht sogar alle, weiß ich nicht so genau, sind Spiegel-Bestseller geworden. Und dieses Buch hier, um das es jetzt geht, ist sogar Platz 1 Spiegel-Bestseller. Ja, es ist also absolut faszinierend für die Leute, die haben das Buch in enormen Mengen gekauft. Ja, ist also wirklich relevant. Ja, meine Einschätzung, bevor wir jetzt in die Logik einsteigen, ist, es ist eine scharfsinnige und ehrliche Analyse. Scharfsinnig auf jeden Fall, meinen Respekt gegenüber Frau Herrmann auf jeden Fall. Und ehrlich, ja, es ist nicht das Gedröhne, was man immer so hört, ja, es wird alles viel besser, wenn wir da diesen Klimaschutz machen, sondern es ist eine ehrliche Analyse der Logik der Forderungen, vielleicht auch der Konsequenzen der Forderungen der Klimabewegung, ja. Und vor allen Dingen in dem letzten Kapitel, das ist auf Seite 243, ich mache immer Seitenhinweise, wo ich das alles herhabe, Kapitel 19, wie wir in Zukunft leben, bezieht sich hauptsächlich auf Deutschland, das sagt sie auch, sie macht das am Beispiel Deutschland fest hier, da beschreibt sie, was da auf uns zukommt. In ehrlicher Konsequenz der Dekarbonisierung. Und da möchte ich eine Warnung aussprechen an alle, die dieses Video jetzt gleich sich noch angucken wollen, was jetzt da mit dem Inhalt kommt. Der Inhalt des nun folgenden Teils des Videos ist nichts für Leute mit schwachen Nerven. Ich empfehle also, wenn man zum Beispiel zu Zukunftspessimismus oder sowieso Depressionen neigt, dass man sich irgendein Mittel gegen Depressionen vielleicht bereit hält, zum Beispiel eine Zafel Schokolade oder ein geeignetes Getränk. Ja, was kann man denn da empfehlen? Ein geeignetes Getränk. Gar nicht so einfach im Video ein Getränk zu empfehlen. Ja, also, ja, okay, Wasser ohne Kohlensäure. Wobei, das macht mich eigentlich noch deprimierter. Also irgendein geeignetes Getränk, das ist ja individuell unterschiedlich oder vielleicht auch einen größeren Vorrat. Ja, weil sonst, ja, also jetzt wird es erst mal ernst. Und da kommt aber in einer Woche meine Stellungnahme dazu, die ist dann natürlich, weil ich stehe ja ein bisschen für Optimismus, die sieht dann ein bisschen anders aus. Aber die logischen Argumente von Frau Herrmann sind bestechend. Ja, aber bevor wir jetzt wirklich in das Buch einsteigen, mein Dank an unsere Unterstützer. Nur deswegen kann ich hier diese ganzen Videos machen mit meinem kleinen Team. Vielen Dank an euch alle. Ohne euch gäbe es diesen Kanal nicht mehr. Und da gibt es eben Leute, die was über PayPal überweisen an eine der beiden E-Mail-Adressen. Da kann ich dann auch einen kleinen Dank schreiben. Da kann man so Kurznachrichten machen. Oder eine der beiden IBAN-Nummern hier, das sind Konten an der Schweizer Bank, bei der meine kleine GmbH, über die ich hier diesen Kanal betreibe, beheimatet ist. Das ist einmal ein Euro-Konto und da hiege ich immer die Hoffnung, dass die Überweisungen vielleicht nicht so viel Gebühren kosten. Und das Schweizer Franken-Konto für meine Schweizer Zuhörer. Ja, und hier sind die anderen Daten. Also vielen Dank an euch alle. Ja, ich arbeite ja hier jetzt ohne die Unterstützung der Universität. Aber das habe ich ja schon, weil ich ja im Ruhestand bin, altersbedingt. Ja, also Ruhestand ist sowieso nichts für mich. Aber es ist ein anderes Thema. Jedenfalls vielen Dank an euch alle. Und jetzt geht es los mit dem Inhalt des Buches von Frau Herrmann. Und ich habe immer einzelne Textstellen rausgezogen, einzelne Stichworte. Ich habe es also zusammengefasst. Es hat ja 250 Seiten oder so und dann auch einen Haufen Referenzen hinten dran. Und ich habe hinter jedes einzelne, ja, es sind nicht Zitate, sondern ich habe versucht, die Bedeutung zusammenzufassen. Ich hoffe, das habe ich einigermaßen richtig getroffen. In einigen wenigen Fällen habe ich Textstellen wirklich zitiert. Das ist ein Inanführungsstricheln. Und hier steht immer die Seitenzahl dahinter. Und wir fangen erst mal damit an, was Kapitalismus überhaupt ist. Oder vielmehr Frau Herrmann fängt damit an. Und sie schwärmt eigentlich vom Kapitalismus, weil er hat einen Haufen positive Dinge gebracht. Und wir gehen jetzt also zurück in die Zeit eigentlich sogar vor Beginn der Industrialisierung. Also 18. und 19. Jahrhundert. Kapitalismus und Wohlstand. Geschichte der Industrialisierung. Kapitalismus basiert auf Maschinen. Die Idee ist also, und das ist ja durchaus positiv, also zum Beispiel eben die Dampfmaschine mit der Kohle, damit ging es ja eigentlich los, dass Maschinen für uns arbeiten. Und Maschinen können also viel mehr leisten als einzelne Menschen. Und deswegen dieser Kapitalismus basiert auf Maschinen. Und Maschinen brauchen Energie. Und schon haben wir eben die Verbindung zum Klimaschutz, weil Energie, preiswerte oder billige Energie, das ist eben nach wie vor fossile Energie aus Kohle, Gas und Erdöl. Kapitalismus hat Wohlstand für alle erzeugt. Sie sieht es gar nicht so, dass jetzt nur die Kapitalisten sehr reich werden und das Proletariat der Arbeiter, das darf also in Hunger und Not, sondern sie sagt, also mit der Zeit, als sich das weiterentwickelte, sind auch die ärmeren Leute reicher geworden. Hat also durchaus auch positive Effekte für alle Schichten der Gesellschaft. Und Kapitalismus braucht aber Wachstum. Es ist also so eine Art Spiralenmotor, der immer nach oben laufen muss oder wahlweise läuft er nach unten und dann geht er pleite. Das geht nicht. Also immer nach oben. Das schreibt sich schon gleich in der Einleitung. Und sehr wichtig war der technische Fortschritt. Kapitalismus als Motor, weil er ja Maschinen braucht, als Motor für den technischen Fortschritt. Und es wurde in der Vergangenheit der Hunger überwunden. Also wenn wir zurückgehen, da spricht sich von Hungersnöten, wann es die gegeben hat im Mittelalter und so. Das ist ja alles zumindest in Europa abgeklungen. Und viele Krankheiten wurden besiegt. Wir sind auf Seite 20, also ziemlich am Anfang. Auch Marx und Engels waren fasziniert vom Fortschritt, von den Möglichkeiten der Maschinen, die den Arbeitern eben die harte Arbeit abnehmen. Also es ist ja eine Sache, mit einer Schaufel ein Feld umzugraben oder mit so einem Riesentraktor, mit so einem Flug, einfach in zehn Minuten da 100 Quadratmeter umzuflügen. Das erleichtert die Arbeit. Wohlstand als Voraussetzung für Demokratie. Sie sieht es sogar so, dass die Demokratie, also die freie Gesellschaft, eigentlich auf dem Wohlstand und damit auf den Maschinen basiert. Also sehr positiv stellt sie das dar, Seite 25. Teure Maschinen, also da braucht es halt einfach Investitionen. Aber die teuren Maschinen bringen eine Erhöhung der Produktivität. Ein einzelner Arbeiter kann zum Beispiel mit so einem automatisierten Webstuhl also jede Menge Meter oder Kilometer Stoff herstellen, wo vorher eben ganz viele Weberinnen beschäftigt waren. Und die Leute machen das. Sie kaufen die teuren Maschinen, damit sie Löhne einsparen können. Das funktioniert aber nur, wenn man nicht in einem Billiglohnland unterwegs ist. Also wenn der Lohn von Arbeitern sowieso bloß einen Euro pro Stunde oder pro Tag ist, dann lohnt es nicht zu maschinisieren. Also hohe Löhne und die Investitionen und höhere Produktivität, das geht einher. Wir brauchen also sowas wie einen Lohndruck, um Innovationen und Maschinen zu haben. Das sieht sie so und dem schließe ich mich übrigens auch an. Das ist überzeugend. Und ich muss sogar sagen, hier in blau eine Bemerkung von mir, GG, das bin ich, Abschaffung der Sklaverei. Also da denkt man ja immer an Amerika, als die Sklaverei da abgeschafft wurde, das wäre so ein Gutmenschen-Ding gewesen. Man wollte den Leuten die Freiheit geben. Aber es gibt auch die These, dass die Maschinen diese Arbeit der Sklaven ersetzt haben, weil die Maschinen erstens mal brauchten die keine Unterkunft, die brauchten kein Essen und sie konnten auch viel mehr leisten. Da gibt es so eine Analyse. Also die Sklaverei ist vielleicht durch die Maschinen erst abgeschafft worden, weil die Maschinen eben letztendlich billiger sind als Sklaven. Und das schreibt sie auch in ihrem Buch. Also sie erwähnt es an einer Stelle. Das ist ein ganz bestechender Gedanke eigentlich. Wohlstandvoraussetzung, und das muss man sich heute eigentlich auch noch mal hinter die Ohren schreiben, Rechtssicherheit. Das betont sie. Rechtssicherheit, dass also nicht jeden Tag neue Gesetze erlassen werden. Irgendwas wird verboten. Wenn das ständig so hin und her flackert, mal wird was verboten, dann wird es wieder erlaubt, dann wird es wieder verboten. Das bringt es nicht. Also weil man ja in Maschinen investiert, die sind teuer. Und wenn sie dann auf einmal verboten werden, dann ist man so pleite. Und in so einem Land, wo Rechtsunsicherheit herrscht, kann man nicht investieren. Rechtssicherheit, Agrarreform fand sie ganz wichtig. Das sind diverse Agrarreformen, die also plötzlich zu einem Überfluss oder jedenfalls zu einer ausreichenden Nahrungsmittelversorgung in Großbritannien. Und sie beschreibt es erst mal am Beispiel Großbritannien, weil sie meint, dass dieser moderne Kapitalismus, der kommt aus Großbritannien. Agrarreformen und es gab höhere Erträge auf dem Hektar. Also es muss einfach genug zu futtern geben. Das ist erst mal die Grundvoraussetzung für Wohlstand. Und dann die ganze Maschinisierung, die Industrialisierung basierte auf der Verfügbarkeit von billiger Kohle. Also damit ging es los. Seite 1939 sind wir. Ja, kommt aus Großbritannien, der Kapitalismus, Eisenbahnen als Wohlstandsbringer. Also auch Infrastruktur, dass man also transportieren konnte, dass man reisen konnte. Das war ganz wichtig, um Wohlstand an alle Leute zu bringen. Dann gab es Effizienzsprünge, immer wieder eine neue Technologie. Also das Telefon zum Beispiel. Als ich jung war, da hatte man noch so eine Wählscheibe oder am Ende gar kein Telefon, weil es zu teuer war. In der DDR musste man damals jahrelang auf ein Telefon warten. Dann ging man mal zur Telefonzelle. Die gibt es gar nicht mehr. Und heute hat jeder mindestens ein Handy. Also Effizienzsprünge. Automatisierung, das macht sie fest am Beispiel der Bankautomaten. Man braucht keine Bankfiliale mehr, sondern Bankautomaten. Und ich gehe eigentlich sowieso gar nicht mehr zur Bank, weil ich Internetbanking mache. Das geht also automatisch. Und die Angestellten, die hat man da schon längst eingespart. Die sind aber nicht arbeitslos. Also der Strukturwandel, der erzeugt aber auch jede Menge neue Arbeitsplätze. Die Niedriglohnländer haben da ein bisschen ein Problem. Also wie eben Bangladesch, das ist so ein Beispiel, was sie da immer nennt. Kein Automatisierungsdruck, weil die Maschinen zu teuer sind im Vergleich zu den extrem niedrigen Löhnen der Arbeiter. Das bedeutet aber, dass die Länder hinten dran bleiben. Also niedrige Löhne bedeutet, dass ein Land die Entwicklungsschritte der anderen Länder nicht mitmacht, bleibt hinten dran. Ja und dann sagt sie auch, das Wachstum, das bedeutet, dass Fabriken auch immer größer werden. Das heißt, große Länder haben da in gewisser Weise einen Vorteil, weil da macht es ja Sinn, mit einem großen Binnenmarkt jedenfalls eine große Fabrik zu bauen. Und größere Fabriken, je größer, umso besser, die können immer billiger produzieren. Da gibt es so eine Ökonomie der Größe einfach auf Scale, Seite 64. Der globale Süden holt auch auf. Also sie beschreibt auch diese Globalisierung eher positiv. Beispiel Bangladesch wieder inzwischen ein hohes Wachstum und Investitionen macht das Land in Gesundheit, Bildung, Infrastruktur und Frauenrechte. Es modernisiert sich. Es hat ein hohes Bevölkerungswachstum, glaube ich, immer noch, aber das Wirtschaftswachstum ist höher. Also hier auch einfach, Kapitalismus ist ansteckend, dass da auch so ein Land wie Bangladesch da plötzlich so auf einen besseren Lebensstandard hochkommt. Ja und sie fordert dann, dass also die Ausbeutung oder die Ausnutzung von Niedriglohnländern durch die reichen Länder, dass das jetzt endlich mal eingedämmt wird. Und sie hat da zwei Mindestforderungen, globaler Mindestlohn und keine Steueroasen. Ja, das ist aber eine separate Forderung, die mit dem eigentlichen Hauptinhalt des Buches, soweit ich es verstanden habe, erstmal nichts zu tun hat, sondern das ist eine Korrekturforderung an dem im Augenblick existierenden System. Und sie sagt doch, eine überraschende Sache, Seite 83, Kapitalismus braucht Frieden. Also Kapitalismus ist nicht eine Kriegsmaschine, jedenfalls normalerweise nicht. Also ich bin mir da nicht so ganz sicher, weil wir, das wollen wir jetzt mal nicht vertiefen, aber so eine Kriegsindustrie kann auch zu einem Wirtschaftsaufsprung führen. Aber an sich durch die enormen Zerstörungen in einem Land wollen die Kapitalisten ganz bestimmt, jedenfalls in einem Land, in dem der Krieg herrscht, wollen bestimmt keinen Krieg in dem eigenen Land oder im Nachbarland haben. Kapitalismus benötigt Frieden. Ich glaube, es stimmt nicht, wenn man Kriege exportiert in ganz andere Länder. Na gut, aber es ist ein interessanter Gedanke auch von Frau Herrmann. Ja, wir sind nach wie vor bei dem positiven Bild des Kapitalismus in dieser Startphase, die bis heute diesen enormen Wohlstand zumindest in den reicheren Ländern und in den Schwellenländern erzeugt hat. Ja, das globale Wirtschaftswachstum liegt bei 2,8 Prozent. Ich weiß nicht welches Jahr, wahrscheinlich 2021 oder so was. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn die Bevölkerung mit dem gleichen Wert wächst, dann werden wir ja alle nicht reicher, sondern es bleibt gerade mal gleich, weil wir so wachsen, dass die Mehrleute eben versorgt werden können. Aber das Bevölkerungswachstum ist tatsächlich auf unter ein Prozent abgesunken. Wir haben also ein Nettowachstum pro Person. Und die Dachländer, das Deutschland, Austria, also Österreich und die Schweiz, konsumieren eben, die sind über die Maßen gewachsen, das ist also so der Vorwurf von Frau Herrmann, konsumieren drei Planeten. Also wenn alle Menschen so leben würden wie die Dachbewohner, dann würde man drei Erden brauchen und in den USA sind es fünf Erden. Also und das ist die Meinung, das geht eben natürlich nicht. Und da sind so die ersten Töne, dass eben das Wachstum des Kapitalismus, der so positive Folgen bisher hatte, das jetzt eben dazu führt, dass der Planet zerstört wird. Und sie meint eben, es gibt diesen Wachstumszwang. Kredite zurückzuzahlen, das geht eben nur mit einem weiteren Wachstum, das ist Seite 88 hier. Und da hat sie eine Geschichte mit Fischerbooten und Fischern auf einer Insel, wo sie meint, dass die, also wohl auch in der Ökonomievorlesung, diese Geschichte immer wieder vorgetragen wird. Das Problem ist jetzt, dass ich diese Geschichte nicht richtig verstanden habe, weil ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler. Ich versuche es aber mal hier in diesen paar Sätzen hier zusammenzufassen. Es ist also eine Insel und da ernähren sich die Leute von Fischen, aber natürlich auch von anderen Sachen, die müssen aber kaufen. Und die Fischer, die haben Holzboote und können damit gerade mal so ein paar Fische fangen. Und dann kommt also so eine Unternehmensberaterfirma oder sowas und sagt den Fischern, hört mal, ihr müsst moderne Motorboote kaufen und dann könnt ihr viel weiter rausfahren, habt größere Fanggebiete und viel mehr Fische produzieren. Dann müssen sie natürlich, also hier steht es, Erweiterung, Fanggebiete-Produktivität steigt. Also ein Fischer kann mit diesem Motorboot viel mehr Fische fangen, macht größere Gewinne, aber die muss er auch haben, weil er muss ja den Kredit für das Motorboot zurückbezahlen. Ja, dann haben also die Bootsbauer, also die, die Boote bauen, die haben mehr Einkommen, weil ja Boote, Motorboote gekauft werden und die konsumieren dann die Fische. Ja, da gibt es noch zwischengeschaltet Kneipen, das ist ihr noch wichtig, sie erwähnt ja immer irgendwelche Kneipiers, die Bier verkaufen und die haben dann auch mehr Umsatz, ja, weil die Bootsbauer haben eben Geld durch den Kauf, dieser Verkauf ihrer Motorboote und können dann also mehr Bier konsumieren. Ja, und es gibt eben Käufer für zusätzliche Fische, das heißt, die Fischer haben zu tun, die müssen sehen, dass ihre Ware loswerden, die ist ja viel mehr geworden, dann gibt es eben auch Werbung, ja. Und das ist eine Spirale, meint sie. Mehr Boote, mehr Fische, mehr Konsum. Mit Sparen ohne Kredite geht es nicht. Also sie räumt das Argument aus, dass die Fischer ja auch keinen Kredit aufnehmen hätten brauchen müssen, weil sie hätten ja einfach sparen können mit ihren Holzbooten und dann hätten sie irgendwann mal genug Geld ohne Kredit gehabt, um ein Motorboot zu kaufen. Aber dann wäre es insgesamt nicht zum Wachstum gekommen, weil diese Motor, das hätte viel zu lange gedauert und zum Beispiel die Bauer von den Motorbooten hätten dann nicht erstmal mehr Geld gehabt, hätten nicht mehr Fische gekauft und sie hätten nicht mehr Bier in der Kneipe getrunken und es hätte insgesamt kein Wirtschaftswachstum gegeben. Sie meint, das Sparen für den Einzelnen hat man natürlich mehr Geld, wenn man spart, aber für die Gesellschaft ist ganz schlecht zu sparen, weil es dann eben in diese Abwärtsspirale reingeht, die der Kapitalismus nicht verträgt. Und mit Krediten erzeugt man neues Geld und das neue Geld, das es vorher nicht gab, dass die Geldmenge steigt, ist eben mehr Wohlstand da. Ohne Wachstum keine neuen Boote, Bootsarbeiter werden entlassen, keine Kunden für die Fische, Abwärtsspirale. Das heißt, es geht eben weder aufwärts oder abwärts. Aber so ein Steady State, der ja eigentlich für so eine Kreislaufwirtschaft oder für den Klimaschutz notwendig wäre, der ist im Kapitalismus, also mit diesen Krediten und den Banken und dem Geldsystem und so weiter und den Maschinen eben nicht möglich. Also diese ganze kapitalistische Industriegesellschaft und Dienstleistungsgesellschaft geht nur mit Wachstum. Ja, und durch Kredite entsteht neues Geld und Wohlstand, erfordert aber Wachstum. Ja, das wird da erklärt. Ja, Wachstum ist eben schlecht. Ja gut, jetzt geht es weiter. Also es kann natürlich weiter wachsen, wenn man genug Energie hat. Also auf die Energie kommen wir gleich noch. Das ist der Wachstumsmotor, bezahlbare Energie. Sie sagt jetzt, okay, jetzt haben wir Klima. Also macht eine Exkursion, das eben, klar, also es impliziert ist ja, wir haben Wachstum, das heißt immer mehr fossile, bezahlbare Energie wird benötigt. CO2-Emissionen, Klimaproblem. Und sie meint, die Klimakrise führt also letztendlich zum Aussterben der Menschheit. Also das war auch in der Live-Veranstaltung hier in der Schweiz, war es auch so, dass sie das Wort oder diese Begrifflichkeit des Aussterbens der Menschheit in der anderen oder einer oder anderen Version, also Klimatod, Aussterben, oder es gibt keine Menschen mehr oder so. Das hat sie also mindestens zehnmal oder noch öfter erwähnt in dieser Podiumsdiskussion. Ja und sie meint, dass die Klimakrise heute immer noch Folgen hätte, auch in Jahrtausenden. Da bin ich ein bisschen drüber gestolpert, weil Jahrtausende ist ja ganz schön lang. Also welche Sorgen hatten die Menschen vor tausend Jahren? Die waren da mit Pferdekutschen unterwegs und hatten die Pest und solche Sachen. Naja und sie meint, dass eben durch die Erwärmung kommt es also zu Dürren und zu Hungersnöten, weil die Ackerpflanzen da nicht mehr so gut wachsen können. Also Dürren und Hungersnöte und dann sterben die Menschen. Und sie schreibt also relativ lang an verschiedenen Stellen im Buch, dass Methan ein tückisches Klimagas sei. Und das läuft eben darauf hinaus, dass die Viehhaltung da, also möglicherweise, ja, die wird eben eventuell abgeschafft in so einer Klimaschutzgesellschaft. Das Methan ist ein großes Problem in ihren Augen. Deutschland wird jetzt schon trocken im Sommer und partiell zur Steppe, wenn das so weiter vorangeht. Und wenn es mal regnet, dann eben ein Starkregen, was auch eine Katastrophe ist. Die Zukunft der Wälder, schreibt sie in Deutschland, sei fragwürdig. Und auf Seite 109 habe ich mal ein Zitat gebracht. Der Klimakollaps wird Mitteleuropa stark verändern, aber nicht alles Leben auslöschen. Ja, nicht alles Leben wird ausgelöscht, aber doch ziemlich viel. Ja, also das ist schon ein bisschen so eine Katastrophenpolemik, ja, wo das kollidiert jetzt ein bisschen mit meinem generellen Optimismus, muss ich sagen. Aber ich sehe ein, dass man diese Sichtweise auf das Klimaproblem, dass es also wirklich zum Auslöschen des Lebens am Ende kommt, das braucht man schon, um dieses grüne Schrumpfen durchzusetzen. Das werden wir jetzt gleich noch sehen. Ja, aber das ist die innere Logik und das sagen ja auch ganz viele Klimaforscher und Klimaschützer, dass wir an die Nähe des Aussterbens der Menschheit kommen. Und zusätzlich gibt es noch gefährliche Kipppunkte. Da hatten wir ja gerade eine Publikation in Science Advances, Advantage, Advances, ja, also jedenfalls einem dieser Wissenschaftsjournale, dass der Kollaps des Golfstroms zu einer Abkühlung um 30 Grad in Europa kommen könnte. Ja, da will ich auch noch ein Video drüber machen, das ist so eine Vision wie The Day After Tomorrow, ja, da gibt es so ein schlagartiges Einfrieren. Ja, das ist also ihre Klimahauptmotivation, also sie will eben das Aussterben der Menschheit verhindern und sieht den Kapitalismus, insbesondere eben den Energieverbrauch, der zwangsläufig mit dem Wachstum immer höher wird als den entscheidenden Faktor an. Und dann wendet sie sich auch gegen das grüne Wachstum. Sie meint, dass viele Leute, die Klimaschutz propagieren oder überhaupt Umweltschutz, dass sie meinen, dass da Wirtschaftswachstum mit möglich sei. Und das ist ein grünes Wachstum. Sie denkt, das ist nicht möglich. Und sie sagt hier, also das habe ich jetzt mal zitiert, ist Anführungssprich, grünes Wachstum erinnert ein wenig an den Traum, dass man permanent Kuchen futtern kann und trotzdem nicht dick wird. Ja, sie schreibt an der anderen Stelle, dass man mit den Techniken das Klimaproblem lösen muss, die wir heute haben. Und gerade bei diesem Kuchending hier habe ich gedacht, naja, also in absehbarer Zeit wird es Pillen geben, die werfe ich ein und dann habe ich nicht mehr diese immer mehr Fettschichten um meinen Körper und kann dann also munter weiter Kuchen futtern, weil es eine technische Innovation gibt, nämlich, dass die Regelung des Körpers für das eigene Gewicht oder für das Anlegen von Fettzellen, dass man die natürlich von außen korrigieren kann. Weil das ist ja so ein Neandertaler-Ding, dass wir eben bei Kalorienüberfluss immer mehr Fettzellen anlegen. Ja, also da gibt es eben genau, also ich denke, da wird es eben, das Beispiel ist insofern nicht so toll, weil hier gibt es möglicherweise wirklich eine Innovation, dass wir dann doch genug Kuchen essen können. Aber sie hatte das eben genommen, dass das Wachstum grundsätzlich nicht geht, was tatsächlich fragwürdig ist, aber an dem Beispiel kann man das eigentlich nicht so gut festmachen. Das war jedenfalls mein Gedanke. Ich warte eigentlich schon die ganze Zeit darauf, dass es endlich mal Pillen gibt, dass man nicht immer dicker wird, wenn man ziemlich viel Schokolade isst. Esse ich ganz gerne, ja. Okay, CO2-Extraktion als Ausweg. Es gibt jetzt mehrere Auswege aus dem Problem, ja. Also wir haben den Kapitalismus, der hängt von billiger Energie ab und das ist fossile Energie. Da entsteht CO2. Ja, jetzt könnte man das CO2-Ausweg, Nummer 1, könnte man aus der Atmosphäre extrahieren. Dann gibt es dann so allerhand Sachen, die sie diskutiert und da kommt unten raus. Das ist alles extrem teuer und in Island haben sie es geschafft, mit einer Technik der Verfestigung des CO2s in dem tiefen Basalt in Island 4000 Tonnen pro Jahr hinzubekommen, ja, 1121. Ja, und dann gibt es noch andere Sachen in irgendwelchen CO2-Salzstöcken. In Deutschland könnte man das abpumpen, ja. Also man extrahiert das CO2 mit irgendwelchen Methoden und speichert es im Boden ab, ja, pumpt es also runter in eine Gaskaverne oder in Salzstock und sie meint, das ist alles gefährlich, es könnte wieder hoch blubbern, ja, oder eben zu teuer oder ist es sowieso viel zu wenig. Also hier ist ihr Satz zu diesem Abpumpen in Salzstöcke, so hat sie das genannt, eventuell würde sich eine meterhohe Schicht des Treibhausgases bilden, die dann alles Leben vernichtet. Ja, also schon wieder eine Vernichtung allen Lebens, diesmal durch das CO2, was man versucht hat, in den Untergrund abzupumpen. Also jedenfalls dieser Ausweg, also wenn man nicht in dieses Grüne schrumpfen will, sondern verzweifelt nach anderen Wegen sucht, dann sagt sie, diese anderen Wege, die gehen nicht. Und das wäre ja ein anderer Weg, denn könnte man ja mit der CCS, also dieser Extraktion- und Abpumptechnik des CO2, könnte man ja immerhin weiter ein bisschen fossile verbrennen, geht aber nicht nach ihrer Meinung. Dann der große Ausweg der Kernenergie, der geht auch nicht. Seit 123, sie sagt, diese Mini-Reaktoren aus Small Modular Reactors, die man am Fließband erzeugt, haben ja trotzdem diese üblichen Risiken, dass sie durchbrennen können, Endlagerung und dann Atomwaffen, also Proliferation. Und die Firma Nuscale in den USA, die hat also Finanzierungsprobleme. Also es ist nichts mit den Small Modular Reactors. Der Präsident Biden war da ziemlich begeistert und auch die Chinesen, aber Frau Hoffmann nicht. Übliche große Reaktoren sind sehr teuer, das stimmt, ja, die gigantischen Riesenbiester, die jetzt ab und zu noch ganz selten gebaut werden, die liegen bei 10 Milliarden oder 20 Milliarden. Aber das Uran würde sowieso nicht reichen. Und dann gibt es noch schnelle Brüter oder Thorium-Reaktoren und die sind nicht ausgereift. Also Atomstrom ist auch keine Lösung, um das grüne Schrumpfen vielleicht doch noch wenigstens ein bisschen rauszuschieben. Ist nicht. Also der zweite Ausweg ist auch verbarrikadiert. Ja, und dann haben wir Sonne und Wind. Also eigentlich strahlt ja die Sonne so viel Energie auf dem Planeten ein, dass es also pro Jahr für 10, für 1000 oder 10.000 Jahre der Menschheit reichen würde. Also Sonnenenergie gibt es in Hülle und Fülle und Windenergie ist ja, entsteht erst aus der Sonnenenergie. Aber die Solarenergie Photovoltaik bringt in Deutschland erst 2,3 Prozent der Endenergie, trotz des massiven Ausbaus, ja. Meint sie, das ist hoffnungslos zu wenig. Und dann bringt sie einen ganz interessanten Punkt, der mich immer gewundert hat, dass das kein Mensch anspricht, ja. Weil ich sehe das genauso. Die EEG-Umlage ist sozial ungerecht. Jetzt ein Zitat von Frau Hoffmann. Die Ärmeren haben also dafür bezahlt, dass Wohlhabende Gewinn machen konnten. Die Ungerechtigkeit ist, also ja, ich kenne eine ganze Menge Leute, die haben eine Solaranlage auf ihrem Dach und rechnen jedes Jahr vor, was sie damit an Gewinn gemacht haben. Und die ganzen Leute in diesen normalen Mietshäusern, die müssen das halt mit den Stromkosten, die ja inzwischen horrende sind in Deutschland, bezahlen. Die Ungerechtigkeit ist vielen Advokaten der Energie, wenn es so peinlich, dass sie die soziale Unwucht einfach leugnen. Ja, das ist, da stimme ich ihr absolut zu. Ich sagte ja schon, die Analyse ist scharfsinnig und konsequent. Ja, also Wind bringt ein bisschen mehr, doppelt so viel wie Solar, 5,4 Prozent oder sogar ein bisschen mehr. Und das meiste an erneuerbarer Energie ist die Biomasse. Biomasse hält sie aber genauso wie ich selber für problematisch und das erklärt sie dann auf Seite 138. Das ist der Einsatz der Pestizide, der Wasserverbrauch, der Landverbrauch und in vielen Fällen sind die Energiepflanzen gar nicht klimaschützend positiv, weil man jede Menge Energie einsetzen muss, damit man sie überhaupt wegwachsen lässt. Und dann ist die große Problematik die fluktuierende Einspeisung. Beim Wind geht sie konkret ein auf die Windflaute 2021 und das ist zu schlecht. Man muss sich auf ein bis zwei Wochen Dunkelflaute einrichten und da sieht sie kaum eine Möglichkeit. Und dann gibt es noch die Möglichkeit auf Wüstenstrom auszuweichen, dass man also in der Sahara Photovoltaik oder auch Wind übrigens baut und dort auch vielleicht die Energie in Wasserstoff umwandelt. Aber das meint sie, ist unrealistisch, das klappt nicht, weil zu teuer. Und dann der Ausweg Batterien ist zu teuer und zu wenig. Mit Batterien, das kennen wir ja vom Laptop oder vom Handy, die sind eigentlich immer alle, wenn man sie gerade mal dringend braucht. Und damit kann man keine Volkswirtschaft versorgen. Also jetzt geht es weiter um Auswege, also die fluktuierende Einspeisung der Erneuerbaren, Sonne und Wind. Biomasse ist grundlastfähig, deswegen die Begeisterung für Biomasse. Biomasse, aber da wären ja Speichern Ausweg oder Wasserstoff, Power to Gas. Aber wie ich schon gerade geschrieben habe, Batterien sind zu teuer und es gibt auch nicht genug. Da brauchen wir ganz viel Lithium und Grafit und so was. Pumpspeicherkraftwerke in Deutschland gibt es. Super Methode zum Speichern, aber riesen Flächenbedarf und ist hoffnungslos zu wenig, um das Problem zu lösen. Man kann ausweichen nach Norwegen, aber da sind jetzt andere europäische Länder auch drauf gekommen. Und für Europa, Norwegen als so eine Pumpspeicherkraftwerksbatterie zu nutzen, das reicht nicht. Smart Grid, also dass man nur dann Strom verbraucht, wenn gerade Sonne und Wind gut laufen, meint sie eine gute Idee. Das heißt, in jedem Haushalt kann man zum Beispiel die Wärmepumpe zum Haus heizen oder warmwasserbereiten einschalten, wenn gerade der Wind weht. Aber auch diese Regelungsmethode, wo in jedem Haushalt jedes Gerät gesteuert werden würde, anhand der Verfügbarkeit von Energie, das reicht nicht, um Dunkelflauten zu überwinden. Ist also nicht genug. So, Lösung muss in Deutschland sein. Sie meint also, erneuerbaren Strom aus dem Ausland zu importieren, das geht nicht, weil das Ausland muss das ja eigentlich auch machen. Also muss die Lösung in Deutschland sein. Und da gibt es eben keine Lösung. Darauf läuft es alles hinaus. Also er argumentiert immer so, dass alle Auswege, also wenn man, was weiß ich, man ist irgendwie auf der Flucht und sucht verzweifelt nach Auswegen. Aber die Kanalisation läuft unausweichlich oder man wird kanalisiert in diesem Gedankentunnel auf das Grüne schrumpfen. Und grüner Wasserstoff ist eben zu teuer. Also diese ganzen Sachen sind in sich logisch. Sie führen nur mit einer brachialen Gewalt zum grünen Schrumpfen. Und was das Grüne schrumpfen bedeutet, das sehen wir jetzt gleich. Okay, ja, also zusammenfassend, die Energiewende wird also aufwendig. Ein Zitat. Ja, trotzdem sind die meisten Klimaschützer überzeugt, dass der Strompreis künftig niedriger sein wird als heute. Grüne Energie soll also nicht nur die Menschheit retten, sondern auch noch ein gutes Geschäft sein. Und dazu schreibt sie, das ist leider falsch. Wir sind auf Seite 152. Ja, die Energiewende wird teuer, nicht billig. Ökonomische Szenarien, da meint sie, da gibt es dieses Wuppertal-Institut und noch ein paar andere Ökonomen, die laufen so Modelle, so wie Klimamodelle. Wenn man so auf Erneuerbare umstellt, dann läuft die Wirtschaft prima und es gibt viele Arbeitsplätze und den Menschen geht es toll. Und sie meint, diese ökonomischen Szenarien sind überaus optimistisch, aber nicht falsifizierbar. Ja, die sagen, im Jahr 2030, 40 geht es uns super gut, weil wir nur noch Windstrom haben, der kostet ja nichts. Und sie meint, das sind einfach Behauptungen. Und sie unterstellt eigentlich, ohne es wirklich so zu sagen, das stimmt einfach gar nicht. Sie meint, die Rohstoffe zum Beispiel, die man für die Energiewende braucht, das ist so ungeheuer viel. Die reichen nicht und es werden nicht immer mehr, sondern sie werden immer knapper. Und teurer, weil man immer schlechtere Lagerstätten ausbeuten muss, zum Beispiel für das Lithium. Und auch der Ersatz von Rohstoffen, dass man statt dem Lithium irgendein anderes chemisches Element findet, was billiger und häufiger ist. Sie meint, das sei keine grundsätzliche Lösung. Das habe ich jetzt da nicht so richtig verstanden, wieso ein Ausweichen auf andere Stoffe nicht geht. Aber da steht da so, keine grundsätzliche Lösung. Ja, und sie schreibt dann in Rot hier, das ist so eine Conclusion dieses ganzen Teils vom Kapitalismus jetzt über dieses Problem der Energieversorgung. Eigentlich ist die Energiefrage der Schlüsselpunkt. Ja, also Kapitalismus wird gleichgesetzt mit viel Energieverbrauchung und deswegen muss der Kapitalismus abgebaut, ausgestiegen werden, weil wir die Energie nicht haben. Also der Energie ist der Knackpunkt. Und die Energie geht eben nicht wegen des Klimas. Energiewende wird also teuer. Energiewende ist aber zwingend, erlaubt aber kein Leben im Überfluss. Und was das für ein Leben ist mit dem grünen Schrumpfen, das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, Deutschland muss, das rechnet sich aus, auf den halben Endenergieverbrauch, also gegenüber heute, also auf die Hälfte. Das heißt, Elektroautos gehen auch nicht, weil da die graue Energie zum Bau eines Elektroautos steckt da drin. Sie sind ebenfalls klimaschädlich. Also Elektroautos ist kein Ausweg. Das heißt, Nettoessenz für Deutschland, aber auch für die ganze Welt, es wird praktisch keine Privat-PKWs mehr geben, sondern vielleicht Carsharing. Also die Autos müssen besser ausgenutzt werden. Es gibt dann also weniger als die Hälfte an Autos oder noch weniger. Und die muss man sich dann eben zahlen mit Carsharing. Die Autoindustrie in Deutschland kollabiert. Und was soll mit den Arbeitern passieren? Ja, also sie meint, das ist unausweichlich. Nicht, weil es so viele billige chinesische Autos gibt, sondern weil man einfach kein Auto mehr fahren kann wegen Klima. Ja, kollabiert die Autoindustrie in Deutschland, natürlich dann auch weltweit, wenn man ihr Modell auf die ganze Welt ausbreitet. Wo sollen die Arbeiter hin? Ja, und da stellt sich erst mal eine Frage. Sie gibt dann aber auch eine Antwort, das kommt gleich. Und es gibt keinen Flugverkehr mehr. Bei mir fliegen geht es gar nicht. Es gibt keine Energie dafür und das Problem der Kondensstreifen. Darüber schreibt sie ein bisschen länger, über diese Kondensstreifen, dass die so ein Klimaproblem sind. Das war mir mal neu, aber kann man ja mal drüber nachdenken. Ja, synthetisches Kerosin ist ja so ein Ausweg, der von der Flugindustrie diskutiert wird. Da meint sie, selbst wenn man um 90% die Emissionen reduziert, selbst 10% Restemissionen sind 10% zu viel. Da muss ich sagen, also wenn man das um 90% reduziert, das ist ja eigentlich schon mal ein ganz guter Fortschritt. Ja, aber das meint sie, ist nicht zu aggieren. Sie ist vollkommen gegen Fliegen, übrigens auch gegen Fleisch. Also es gibt so ein paar Sachen, wo man das Gefühl hat, da kann man jetzt mit Frau Hoffmann überhaupt nicht drüber reden. Die vielen Arbeitslosen arbeiten dann, jetzt kommt der Ausweg, wo sollen die Leute alle hin? Die vielen Arbeitslosen arbeiten dann in der ökologischen Landwirtschaft und der Forstwirtschaft. Ja, okay, das heißt wir haben irgendwelche Ingenieure, die Flugzeuge gebaut haben oder andere hochqualifizierte Leute und die müssen dann auf den Acker, auf den Öko-Acker. Ja, wie ist denn die Professoren, müssen die dann auch auf den Acker? Ja, nee, nee, Bildung braucht man noch. Bildung braucht man noch. Sorry, ich dachte gerade an die Kulturrevolution von Mao Zedong. Da mussten ja auch viele Leute aufs Land, die wurden verschickt und müssten dann auf einmal auf dem Acker arbeiten. Aber das ist der Gedanke, dass ganz viele Leute, die heute in Fabriken oder in der Industrie arbeiten, auch chemische Industrie, dass die dann tatsächlich in der Landwirtschaft und in der Forstwirtschaft arbeiten, an der frischen Luft. Ja, dann Kunstzünger brauchen wir auch nicht mehr, weil wir ökologische Landwirtschaft aus Gründen des Klimaschutzes betreiben, keine Ammoniaksynthese mehr. Ja, und das heißt also, mit der chemischen Industrie sieht es auch ziemlich schlecht aus. Und sie sagt, und das wundert mich ein bisschen in Zeiten des Flüchtlingsschuhstroms, jeder Neubau ist Umweltfrevel. Sie ist ganz gegen Neubauten. Ja, okay, es wird ja auch kaum noch gebaut in Deutschland. Also insofern passt es ja ganz gut. Ich dachte nur, wenn die Bevölkerung wächst und Millionen an Leuten da, also Hunderttausende ins Land strömen, da braucht man ja eigentlich irgendwie mehr Wohnraum. Aber man kann natürlich zusammenrücken. Okay, rücken wir zusammen. Jeder Neubau ist Umweltfrevel, also wegen Beton und man muss die heizen und alles Mögliche. Ja, und sie meint in diesem grünen Schrumpfen auf halben Endenergieverbrauch, die Wirtschaftsleistung nimmt ab. Weniger Produkte. Ein neues Produkt gibt es. Es gibt weniger Produkte, werden wir noch sehen. Sie schlägt vor, dass wir im Sinne der britischen Kriegswirtschaft eine Rationierung für ungefähr alle Produkte einführen. Die werden rationiert, also jeder Person zugeteilt. Es gibt aber ein neues Produkt, was wir mit dieser Methode des grünen Schrumpfens, dieser Überlebenswirtschaft, was wir damit erzeugen. Und das ist das Produkt menschliches Überleben auf der Erde. Das ist das neue Produkt. Das ist also der Hauptzweck unseres Daseins ist, da zu sein, also weiterhin da zu sein. Ja, und dann, was ich ja eigentlich immer dachte, zum Beispiel habe ich es ja gerade bei dem Kuchenessen gesagt, da gibt es eine Pille, was also dem Körper die Regelung erlaubt, dass er vielleicht nicht mehr unendlich viele Fettzellen anlegt bei Kalorienüberfluss. Ich dachte an technische Innovationen, ja, aber sie beweist, dass technische Innovationen als weiterer Ausweg, wir haben jetzt mehrere Auswege wie CCS oder Kernenergie, das haben wir alles verbaut, geht alles nicht. Und jetzt technische Innovationen können insgesamt das Klima nicht retten. Und, aber, ja, sagt sie, hat ja auch ein paar Beispiele gebracht. Und sie meint dann, so ein bisschen in Selbsterkenntnis, die Liste der pessimistischen Prognosen, und das ist ihre Prognose auf jeden Fall, ich hatte ja gewarnt, wenn ich gleich zu der grünen Überlebenswirtschaft komme, dann braucht er möglicherweise eine Tafel Schokolade erstmal, um sich wieder zu beruhigen. Liste der pessimistischen Prognosen, die nicht eintraten, ist lang. Club of Rome, Hungersnöte zur Jahrtausendwende. Aber die Prognose im vorliegenden Buch wird eintreten. Also so habe ich, das ist nicht ein Zitat von ihr, sondern ich habe ihren Text so verstanden. Sie sagt schon, sie weiß, dass es ganz viele Prognosen gab, dass die Menschheit untergehen wird, oder dass jenes oder dieses ganz Schlimme passieren will. Das ist immer nicht eingetreten und ihr Buch hier, ich halte es nochmal hoch, das ist jetzt also wirklich auch eine ganz pessimistische Prognose, allerdings mit dem Pluspunkt, dass man die Menschheit überlebt. Diese Prognose wird eintreten. Sie meint, der Menschheit bleibt nichts anderes übrig, als dass wir allesamt, alle 8 oder 10 Milliarden in dieses grüne Schrumpfen einschwenken. Ja und dann schreibt sie eben, die Klimakrise muss mit der Technik bewältigt werden, die jetzt vorhanden ist. Ja, das heißt, ich müsste immer noch zur Telefonzelle gehen, wenn ich das 1978 gedacht hätte, da bin ich nämlich immer zur Telefonzelle, oder hatte ich da schon ein Telefon? Ne, 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 doch, da hatten wir schon ein Telefon mit so einer Wählscheibe, ja, die jetzt vorhanden ist, wie ich auf 1978 komme, das werden wir gleich sehen. Doch mit den heutigen Möglichkeiten lässt sich nicht genug billige Ökoenergie gewinnen, um grünes Wachstum zu befeuern. Also bleibt nur grünes Schrumpfen. Also sie sagt, Prognose, wir haben nur das zur Verfügung, was wir heute zur Verfügung haben an Techniken, und da geht eben nur grünes Schrumpfen, das läuft daraus hinaus. Das heißt, sie negiert die Möglichkeit, dass es irgendeine neue, einen Ausweg gibt, also eine neue Idee der Physiker vielleicht und Physikerinnen, das gibt es nicht. Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir heute haben. Und das ist eigentlich was, was ich ganz oft bei Leuten draußen gefunden habe, und die denken alle, wir haben alles erfunden, was es überhaupt gibt, und mehr gibt es eben nicht. So fertig. Und weil die Physik eben schon alles erforscht hat. Wir wissen alles. Ich habe aber ein Buch darüber geschrieben, dass wir überhaupt nicht alles wissen, sondern dass es viel mehr gibt. Das ist das rätselhafte Gewebe der Wirklichkeit. Das ist auch ein Spiegelbestseller. Das ist übrigens optimistisch. Eigentlich ist das so ungefähr das Gegenteil von diesem Buch. Okay, also sie sagt aber, wir müssen mit dem auskommen, was wir haben an Technologien. Und dann gibt es eben, seit 184 sind wir nur grünes Schrumpfen. Ja, und jetzt kommen wir also zu den Sachen, wo ihr die Tafel Schokolade braucht. Sämtliche Flughäfen wären zu schließen in diesem grünen Schrumpfen. Auch das private Auto hat keine große Zukunft. Was soll aus dem Raum Stuttgart werden, schreibt sie. Das ist ein Zitat, ist in Anführungsstrichen. Ja, der Raum Stuttgart, deswegen erwähnt sie den, weil das ja so eine Autoindustrie-Dings ist. Das heißt, glaube ich, auch Bosch, aber auch die Autofirmen. Und die Leute werden alle arbeitslos. Aber die können dann auf dem Land arbeiten. Das hatte ich ja gesagt. Werbung brauchen wir auch nicht mehr, weil die Waren sowieso alle knapp sind. Das heißt, sobald es irgendwo was gibt, also Kartoffeln, dann rennen alle hin und bilden eine lange Schlange. Das kann ich jetzt wirklich sehr gut aus eigener Erfahrung nachvollziehen, weil ich in der DDR geboren bin. Wenn es was gab irgendwo, sind alle hin und es bildete sich eine lange Schlange. Werbung brauchte man nicht, stimmt. Und damit sind die Werbeagenturen und die Fernsehwerbung, so ist alles überflüssig. Man braucht auch keine Lebensversicherung mehr in dieser Gesellschaft des grünen Schrumpens. Und da habe ich gedacht, ja, wieso, weil wir alle ganz schnell sterben an Langeweile oder sowas. Nein, sondern es gibt keine Geldanlagen mehr, weil es ja keine Zinsen mehr gibt und keine Investitionen. Also gibt es auch keine Lebensversicherung mehr und keine Banken und keine Aktien und keine Börsen. Und die DAX-Werte werden alle sehr rasch wertlos werden, bis auf zwei. Ich glaube, hier unten steht es Pharma und IT, also Informationstechnologie, die werden profitieren. Aber die anderen Branchen, da geht es überall den Bach runter. Und die Chemieindustrie schrumpft enorm, also ich weiß nicht, also wie viel, das hat kein Prozentsatz angegeben, auf reine Ökoprodukte. Aber es hörte sich so an, als könnte man die Chemiestandorte da in BASF, in Bayer Leverkusen und in, wo ist das denn da, ja, also bei BASF kann man alles schließen. Brauchen wir nicht mehr. Wir müssen schrumpfen. Ja, aber man kann das eben auch positiv sehen. Das sind jetzt also hier diese Sachen, von sämtlichen Flughäfen schließen, bis dass wir also keine Chemieindustrie mehr haben, Autoindustrie auch nicht mehr in Deutschland. Da war ich ein bisschen erschrocken. Aber da gibt es ja Optimisten. Also ich meine, diese Vision von Frau Herrmann ist, wie gesagt, ich denke, es ist in der Logik der Klimaschützer konsequent zu Ende gedacht. Also sie hat einfach all diese optimistischen, aber nicht wahrhaften, nicht falsifizierbaren Gedankenblasen, hat sie platzen lassen. Das ist das, was wirklich kommen wird, wenn man den Forderungen folgt, die sich aus ihrer Logik ergeben. Und das ist die Logik der allgemeinen Klimabewegung. Ja, aber es reden auch andere Leute, die sind da, meinen es total gut. Hier, das ist Volker Quaschning hier. Wir reden von einer Welt, Zitat, eines Zitates, in doppelt Anführung, das ist, sie zitiert Volker Quaschning, Professor für Solarenergie und andere erneuerbare Energien in Berlin, in dem Buch. Und ich zitiere dieses Zitat. Deswegen zwei Anführungsstriche. Wir reden von einer Welt, die schöner, leiser, gesünder, stressfreier, nachhaltiger und gerechter sein wird, schwärmt der Solaringenieur Volker Quaschning. Wir werden in den Städten eine viel höhere Lebensqualität genießen als heute. Mit dem Umbau unserer Energieversorgung schaffen wir unzählige neue, zukunftsfähige, sichere Arbeitsplätze. Ja, also nach Frau Hoffmann, also dann auf dem Land. Also da muss man irgendeinen Acker umflügen. Ja, aber ich denke, Physikprofessoren brauchen aber nicht auf dem Acker, oder? Also das wäre mir jetzt mal wichtig. Ich bin sowieso in Pension. Ja, also das ist die positive Version dieser Welt ohne Flughäfen und ohne Autos und ohne, übrigens auch keine neuen Häuser. Ja, und dann schreibt sie noch, auch einen verblüffenden Satz, um uns zu motivieren, wie toll dieses grüne Schrumpfen ist. Viele Deutsche fühlen sich von ihren Besitztümern so erdrückt, dass sie zahllose Ratgeber kaufen, wie sie sich vom Überfluss wieder befreien können. Ja, ich hatte ja ein Video gemacht über diesen Giralamo Savonarola und da hat die Besitztümer der Stadt Florenz ungefähr um 15.00 oder 14.98 zweimal hat er sie eingesammelt und auf dem Marktplatz verbrannt. Das kann man machen. Man kann seine Besitztümer auch einfach verbrennen und dann ist man sie los. Ja, aber es scheint ja für Deutsche dann doch ein großes Problem zu sein, wie Frau Herrmann hier auf Seite 204 schreibt. Sie fühlen sich von ihren Besitztümern erdrückt. Ja, also ich hatte schon das Gefühl, dass ich das Buch, dieses Buch, ich zeige es nochmal, dass sich das eher an die Eliten richtet, die von den Besitztümern eben erdrückt werden. Sorry, ich kann jetzt leider nicht, also ganz ernst bleiben kann ich da jetzt nicht. Das ist zu schwierig, ja. So, und dann grüne Schrumpfen. Was bedeutet das? Da gibt es natürlich Verluste. Es gibt keine Banken mehr. Das Geld ist auch auf einmal wertlos. Verluste treffen zunächst die Wohlhabenden. Ja klar, wenn man viel hat, dann kann man auch viel verlieren. Aber, nein, es ist ein Aber. Ökowende würde alle Beuteln, die ein bisschen Geld auf der hohen Kante haben, den Sparkonten verlieren ihren Wert, weil man ja Geld nicht mehr anlegen kann, weil es keine Investitionen mehr gibt. Und das ist das, was Frau Hoffmann schreibt. Und dann schreibt sich aber wieder positiv, die Wachstumskritiker haben klar gezeigt, dass ein klimaneutrales Leben auch schön sein kann. Also, falls jemand auf den Gedanken gekommen wäre, dass so eine Gesellschaft, in der so alles rationiert wird, und das will ich noch genauer erläutern, die Rationierung wird genau vorgeschrieben. Sieben Gramm Fleisch, glaube ich, pro Tag. Ja, also es kann aber auch schön sein, schreibt sie. Nur, und da kommt ein Nur, wie erreichen wir das, ohne unterwegs durch eine schwere Wirtschaftskrise zu provozieren, dass die Bevölkerung in Panik versetzt und einen Diktator an die Macht bringt? Ja, der Gedanke war mir dann auch gekommen. Aber, wie gesagt, der Logik von Frau Herrmann muss sich wirklich folgen. Es ist innerhalb dieses Gedankengebäudes, was sie errichtet hat. Also, als Physiker bin ich ein bisschen breiter unterwegs. Ich kann mir noch ein paar andere Sachen vorstellen. Ja, aber in dieser Logik, mit dieser Konsequenz, ist das die notwendige Konsequenz. Diese grüne Schrumpfgesellschaft. Ja, und sie sagt, also Lenkung überprache. Also, jetzt geht es darum, wie kommen wir in diese Gesellschaft? Wie zwinge ich die Leute, dass sie das akzeptieren? Demokratie ist schwierig. Ja, also, wenn man denen die Gesellschaft ehrlich, also ihr wollt jetzt in die Richtung und das wählt ihr jetzt. Das werden sie wohl nicht wählen. Ja, also musst du zwingen. Also, wie kann ich sie denn zwingen? Lenkung über Preise. Also, man muss die Umwelt einpreisen. Das ist die CO2-Steuer oder die CO2-Abgaben. Da beweist sie aber, und ich fürchte, das stimmt auch, auf Seite 219, das klappt nicht. Also, der Weg über die Einpreisung der Umweltbelastung funktioniert nicht. Denn Preis ist auch nicht alles, schreibt sie, Auto ist auch Statussymbol, Erfolg, Freiheit und Genuss. Ja, man fährt einfach super gerne mit seinem Auto herum oder mit dem Motorrad. Ja, das ist einfach ein Selbstzweck. Und da ist dann der Preis vielleicht, also außer es kostet eine Millionen Auto, dann geht es eben nicht mehr. Aber es hat schon, also man ist bereit, einiges zu bezahlen für so einen Privat-Pkw. Und deswegen denkt sie, die Kontrolle über Preise, um zu dieser grünen Schrumpfgesellschaft zu kommen, funktioniert nicht. Ja, Grundproblem ist also, Preissteuerung klappt nicht, weil es nicht genug Ökoenergie gibt. Also, da geht es um solche ökonomischen Modelle, dass man durch Preissteigerung erreichen kann, dass dann eben mehr von der Ware, die so teuer wird, produziert wird. Das klappt aber beim grünen Strom nicht, weil es einfach Feierabend ist, wenn Wind und Sonne mal alle sind. Weil sie sagte ja, das geht nur im Land. Es muss in Deutschland geschehen und da reicht es eben einfach nicht. Ja, und das heißt, dieser Ansatz der Ökonomen, also über so eine Preisregelung, das Angebot zu erhöhen, der funktioniert nicht, weil hier physikalische Limitierungen existieren. Dem würde ich übrigens auch zustimmen an der Stelle. Ja, und sie sieht als Lösung mit dieser Energiemangelgesellschaft, die aus dem Kapitalismus ausgestiegen ist, nur die britische Planwirtschaft, die also in der Kriegszeit des Zweiten Weltkrieges eben da eingeführt werden musste, weil mehr als die Hälfte des BIPs, also der Produktion in Großbritannien, musste auf Kriegsproduktion, also Panzer, Granaten, Flugzeuge umgestellt werden. Und für die Bevölkerung blieb nur ein Minimum übrig, und zwar weniger als die Hälfte. Und das ist genau das, was Frau Hoffmann ja für Deutschland auch anstrebt. Weniger als die Hälfte. Ja, und das ist dann ein Plan zum Öko-Umbau auf die halbe Endenergie. Die Wirtschaft blieb damals privat, also die Firmen blieben im Besitz, der Firmenbesitzer, aber der Staat hat kontrolliert, was die Firmen produzieren. Dem wurde also gesagt, ihr macht jetzt da Kartoffeln, weil wir brauchen Kartoffeln. Und das ist also eine, die Produktion wurde staatlich gelenkt, in England, im Zweiten Weltkrieg, über Zuteilung von Rohstoffen, Krediten und Arbeitskräften. Und entscheidend waren dann die Arbeitskräfte. Sie wurden im Krieg zum zentralen Steuerungselement der Regierung, schreibt Frau Hoffmann. Ja, wenn man also die Arbeitskräfte steuert als Regierung, heißt das, ich kriege Zwangsarbeit, oder? Also die Arbeitskräfte können sie ja nicht aussuchen, wo sie dann arbeiten, weil sie werden zugeteilt. Das heißt, ich bin dann nicht mehr Professor an der Uni, sondern muss doch Kartoffeln erzeugen oder arbeite am Fließband, um irgendwas Neues. Das heißt, dass man seine Freiheit verliert, sich einen Job nach dem eigenen Vorlieben zu suchen, würde ich da mal so sagen. Steuerung über Zuteilung von Arbeitskräften. Was ist denn das für eine Gesellschaft? Viele waren rationiert und wurden zugeteilt. Also man kauft nicht mehr, was man haben will, sondern es wird zugeteilt. Die Briten haben im Zweiten Weltkrieg nicht gehungert, großer Vorteil, denn pro Kopf und Tag gab es 2800 Kalorien. Ja, ich glaube, wir sollen dann auf 2500 Kalorien runtergesetzt werden oder sowas in der Größenordnung. Das ist die Idee. Also auch Nahrungsmittel werden zugeteilt in dieser grünen Schrumpfgesellschaft. Und man kann sich aber ein Extra kaufen in der grünen Schrumpfgesellschaft. Süßigkeiten, Kleider und Möbel. Allerdings gibt es dann wiederum Vorschriften oder gab es zumindest in der britischen Kriegswirtschaft keine unnötigen Verzierungen an den Kleidern als Beispiel. Frauenkleid durfte maximal zwei Taschen aufgenäht haben und nur fünf Knöpfe. Ja, also man konnte sich zwar ein Frauenkleid kaufen über diese Punkte, aber dann konnte man eben keine Schokolade mehr kaufen, weil man nur so und so viele Punkte hatte. Aber das Frauenkleid durfte nur fünf Knöpfe haben. Ja, es ist eine Mangelgesellschaft. Ja, es ist so ein bisschen DDR-mäßig. Die staatlich verordnete Gleichmacherei, ja, es waren ja alle gleich, hatten die gleiche Kalorienzahl und eigentlich auch viele Sachen, die rationiert waren, waren alle gleich. Er wies sich als ein Segen. Ja, für wen? Die unteren Schichten waren besser versorgt im Krieg als je zuvor, weil sie alle dasselbe bekommen haben. Also das ist der positive Aspekt. Ja, also und im Rückblick ist dieser Krieg, also diese Kriegszeit in Großbritannien, eine Zeit des Gemeinsinns. Und sie schreibt, als Beschreibung Standesunterschiede verblassten und Namenlose waren genauso wichtig wie der Prinz. Das erinnert mich jetzt schon wieder an Mao. Da haben wir alle denselben blauen Drillig angehabt. Ja, aber wie gesagt, es ist eine logische Konsequenz der Klimaschutzforderungen unter diesen ganzen Randbedingungen. Also für Deutschland sagt sie, schrumpfen auf das Niveau von 1978 und sie meint 1978, also sie hat das auch erlebt, ich weiß nicht, wie alt sie da war, also ich natürlich auch, da haben wir auch glücklich gelebt. Also ich muss sagen, so ganz glücklich war ich da noch nicht. 1978, also das war das mit der Telefonzelle, glaube ich. Meine Begeisterung hielt sich da doch ziemlich in Grenzen. Also so, also ja, und sie meint, damals hatte man statt nach Mallorca zu jetten, konnte man mit dem Auto drei Wochen nach Italien fahren. Das Leben war auch schön, aber etwas gemächlicher. Also der Vorteil ist, in so einer Gesellschaft, die so runtergefahren wird, geht alles ein bisschen langsamer. Das war in der DDR auch so, da ging alles ein bisschen langsamer, ist schon richtig gemächlich, ja. Allerdings, man kann also auch in der grünen Schrumpfgesellschaft nicht mit dem Auto nach Italien fahren, sondern mit dem Zug. Autos gibt es ja nicht mehr. Urlaub sei aber immer noch selbstverständlich in ihrer Schrumpfgesellschaft. Eine Kreislaufwirtschaft könnte auch schön sein, meint sie. Kreislauf, da heißt, dass Sachen recycelt werden, wiederverwendet werden. Und da gibt es wohl sowas wie Share Economy, das scheint irgendwie so ein Begriff zu sein, den man irgendwo nachschlagen kann. Die Share Economy hat betörende Visionen. Sie hat nicht näher erläutert, was jetzt das Betörende an diesen Visionen ist, aber ja gut, Kreislaufwirtschaft, ja. Also jedenfalls keine Flüge, kaum Autos, keine neuen Wohnungen, keine überflüssigen Immobilien, kein Fleisch, Seite 250. Da wird es mal ganz knallhart gesagt. Wobei kein Fleisch stimmt nicht ganz, sondern sieben Gramm pro Tag. Ja, und das ist alles vom Staat dann kontrolliert. Es ist also eigentlich nur noch der Staat, der entscheidet. Der einzelne Bürger, also sehe ich das, sorry, der einzelne Bürger ist Befehlsempfänger geworden. Es wird ihm ja sogar seinen Job zugeteilt, wenn das über die Arbeitskräftezuteilung dann geregelt wird. Und sie sagt, einen starken Staat braucht man. Zum Beispiel gäbe es ja noch nicht mal das Apple Smartphone, iPhone oder Smartphone oder auch Samsung oder andere Hersteller. Ich weiß nicht, ob sie sich da auf Apple kapriziert hat. Ach doch, sie hatte Apple gesagt, das iPhone. Kein iPhone ohne staatliche Forschung. Also das basiert eigentlich darauf, dass irgendjemand diese Chips entwickelt hat. Also ein Plädoyer für den starken Staat. Und der Staat ist ja sowieso für Schulen, Straßen, Bahnen, Krankenkassen, Wasserwerke und Stromnetze verantwortlich. Und das funktioniert ja sehr gut. Bis auf die Eisenbahnen, die funktionieren in Deutschland nicht so gut. Aber naja, gut, sie geben sich Mühe. Ja, und der freie Markt sei grundsätzlich ineffizient. Also das ist ein Plädoyer für eigentlich die totale Planwirtschaft für den Staat. Also als Folge dieser Klimaproblematik. Und sie beschreibt als Beispiel das private Gesundheitssystem in den USA. Die Lebenserwartung sei drei Jahre niedriger als in Schweden. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie hoch die Lebenserwartung in Schweden ist. Aber da ist das Leben in der Tat ausgesprochen gemächlich. Soweit ich da in Schweden war. Ja, währenddessen die Leute in den USA, die sind vollkommen oberhektisch. Zumindest in New York. Es könnte also andere Faktoren geben als das Gesundheitssystem, dass die Lebenserwartung sich da so unterscheidet. Na gut, aber jedenfalls hat sie die Lebenserwartung als Beispiel im Vergleich USA und Schweden genommen, Schweden staatliches Gesundheitssystem, USA eher privat, dass private Systeme nicht so gut funktionieren. Ja, und sie sagt, wir müssen auf jeden Fall ein staatlich festgelegtes CO2-Budget haben. Und das hätte der IPCC, der Weltklimarat, auch schon so festgelegt. Ja, mir war die Zahl jetzt neu. Ich hatte das noch nicht gelesen. Eine Tonne pro Person pro Jahr. Und das müsste für alle Länder gelten und alle Menschen auf der Erde. Und zwar unabhängig davon, wie viele Menschen auf der Erde gerade leben. Es werden ja alle zwölf Jahre eine Milliarde mehr, sodass ich erwarten würde, dass diese Tonne immer weniger wird. Ja, weil die Gesamtmenge ja für die Erde entscheidend ist. Aber dem ist nicht so. Es ist einfach eine Tonne. Ist ja auch ein schön runder Wert. Viele Länder halten sich schon dran. Und dann hat sie eine riesenlange Liste von vielleicht 50 Ländern. Also ich habe sie nicht gezählt, aber es ist ein ganzer Abschnitt. Und die würden sich schon an diese eine Tonne dran halten. Ja, und das sind aber die Länder, wo die Menschen rausflüchten. Ja, Afghanistan, Bangladesch, Kongo, Haiti, Somalia, Zimbabwe. Das sind alles Länder, wo man eigentlich denken würde, ich müsste jetzt vielleicht nach Deutschland auswandern. Ja, außer Bangladesch. Weiß nicht, dass... Nee, Bangladesch ist auch schwierig. Ja. Ja, also es sind alles bitterarme Länder, in denen man auf gar keinen Fall leben will. Und das nimmt sie als Beispiel für diese Eintonnen-Gesellschaft. Na gut. Also so steht es jedenfalls in dem Buch drin. Und ich habe da aber eine Bemerkung dazu. Ich habe nämlich mal versucht, rauszukriegen, eine Tonne CO2 pro Person pro Jahr. Und wenn ich rede oder gar jogge oder so was oder Sport treibe, ich atme ja CO2 aus, weil ich bin nämlich auch eine Verbrennungsmaschine, die eben mit Kalorien, also Zucker und Fett läuft. Und wie viel CO2 atme ich denn aus? Weil eine Tonne kommt mir jetzt ein bisschen wenig vor. Und dann habe ich eben nachgeschaut, im Internet kann man ja alles rauskriegen, aber es streut immer sehr. Und da habe ich rausgekriegt, als Beamter, der am Schreibtisch sitzt und dann ansonsten schläft, 0,2 Tonnen pro Jahr und als Spitzensportler oder jedenfalls als Sportler zwei Tonnen. Also ich würde mal tippen, 0,7 oder so was Tonnen pro Jahr. Das wäre jetzt so für jemanden, der sich auch ein bisschen bewegt oder so was, ja, die Emission an CO2. Ist das jetzt mitgerechnet oder nicht? Weil wenn ich die 0,7 Tonnen, die ich ja sowieso durch Atmen verbrauche, dann bleiben ja nur noch 0,3 Tonnen übrig für den Rest. Oder wird dieses CO2 nicht mitgerechnet, weil es irgendwie biologisches CO2 ist? Da muss ich als Physiker aber sagen, das ist dem Planeten jetzt eigentlich vollkommen egal, was das für CO2 ist. CO2 ist CO2 und macht den Planeten warm, ja. Na gut, also das ist jedenfalls ein bisschen komisch, ja. Also dann gibt es eben Leute, die viel Sport reiben, die emittieren zwei Tonnen. Die liegen ja drüber. Also es ist ja dann ein Sportverbot, was daraus folgt. Ja, also da fehlen mir ein bisschen, also ich war ein bisschen irritiert darüber, ja. Ja, ansonsten schreibt sie noch und das ist jetzt wieder vollkommen richtig, dem würde ich zustimmen, CO2-Emissionen und Einkommen global sind ungleich verteilt. Ja, natürlich. Und zwar insbesondere in diesen Ländern, die sie da so hervorgehoben hat, als die Länder, die unter einer Tonne pro Jahr leben. Ja, und da gibt es abschließende Bemerkungen. Ich weiß nicht, habe ich noch mehr? Ja, da habe ich noch ein anderes Fazit noch. Also jetzt kommen die abschließenden Bemerkungen noch von Frau Hoffmann und das sind so einzelne Sachen, die sie am Ende, wo ich jetzt keine richtige Reihenfolge mehr erkennen konnte, so auflistet. Sobald die Insekten fehlen, kollabieren ganze Ökosysteme. Das ist ein Plädoyer für ökologische Landwirtschaft, glaube ich. Ja, und da kollabieren ganze Ökosysteme. Es wird immer so gestresst, dass dann das Leben zu Ende ist. Landintensiver Ökoanbau, der ist landintensiver, das gibt sie zu. Also es ist mit weniger Pestiziden und so weiter, aber es braucht auch mehr Fläche, um die Menschen zu ernähren. Und deswegen geht das nicht mehr mit der Tierhaltung. Wenn Menschen das Getreide selbst essen, statt es an Tiere zu verfüttern. Also schon wieder, an mehreren Stellen im Buch, ein Plädoyer gegen Fleisch essen. Ja, und bei Rationierung kommt dann nochmal der Spruch hier, auf Seite 253 sind wir jetzt, also fast am Ende. Gerechtigkeit macht glücklich. Ja, ja, Rationierung macht glücklich. Naja, also kommt eben darauf an, ob man in der DDR das mal, aber das war nicht rationiert. Da konnte man auf jeden Fall so viel Bier kaufen, wie man wollte. Kapitalismus wird untergehen, sagt sie. Die neue Wirtschaftsordnung heißt Überlebenswirtschaft. Also das grüne Schrumpf hat einen neuen Namen hier bekommen, am Ende. Überlebenswirtschaft. Die Menschheit kann nur überleben, wenn sie keine Treibhausgase mehr emittiert. Also Netto Null ist absolut Null. Ich hatte eigentlich immer gedacht, Netto Null ist so viel emittieren, wie die Natur verarbeiten kann. Aber hier steht ausdrücklich, keine Treibhausgase mehr. Ja, da ist natürlich auch Methan und dieses Lachgas und so mit dabei. Und beim Klima, da gibt es jetzt diese Rationierung, da hat sich dann am Schluss ihres Buches noch zwei Beispiele gebracht. Eins aus Deutschland, Wasserrationierung in Strausberg-Erkner. Das ist im Osten von Berlin an so einem See ist das. Wenn da, das würde angeblich jetzt schon so sein, wegen der Klimaerwärmung ist da wohl so eine Dürre. Wenn jemand mehr als 105 Liter pro Person und Tag verbraucht, gibt es Geldstrafen. Auf Seite 260 ist das. Ich finde es immer erstaunlich, diese Genauigkeit der Zahlen, 105 Liter. Also nicht etwa 110 und auch nicht 99, sondern 105. Gut, ja, ich weiß nicht, ob das schon so ist. Ja, also wir wohnen am Bodensee. Mir war das jetzt noch nicht aufgefallen, dass das Wasser bei uns knapp geworden ist. Na gut, außerdem hat sie irgendwie ziemlich viel gerecht in letzter Zeit. Ja, okay, aber das sagt sie. Sie meint, es wird wärmer, also wird Deutschland also trocken werden und deswegen gibt es dann eine Wasserrationale, und die Leute in Strausberg-Erkner, die haben das schon. Und sie meint, dass auch durch denselben Effekt der Dürre und der Hitze und vielleicht auch der anderen Klimaveränderung die Lebensmittel knapp werden müssen, werden. Weltweite Lebensmittelrationierung fordert sie auf 2500 Kalorien. Also es ist ja weniger als in dieser britischen Kriegswirtschaft. Das waren, glaube ich, 2800. Und dann wird sie sehr, sehr detailliert. Also vielleicht ist das auch so was Generelles, was alle wissen. Mir war das unklar. Und zwar bezieht sie auf die Planetary Health Diet, also die Planetare Gesundheitsdiät. Die sei 75 Gramm Hülsenfrüchte, Herbsen, so was. 50 Gramm Kartoffeln. Also es ist mir zu wenig. Ich esse zum Beispiel gerne Pommes. Aber es geht wahrscheinlich auch nicht mehr Pommes. Also ja, wenn es nur Kartoffeln sind, dann von mir aus 50 Gramm. 50 Gramm Nüsse. Warum genauso viele Kartoffeln wie Nüsse? Warum das denn? Aber das steht da so. 250 Gramm Milchprodukte. Das sieht schlecht aus mit meiner Schokolade. 7 Gramm Fleisch. 7 Gramm? Das ist ja eine Menge, die man jetzt an der Ladentheke nicht mehr sehen könnte. Braucht man eine Lupe. 7 Gramm Fleisch. 7 Gramm Schwein. Also Schwein und Fleisch wird irgendwie getrennt. Weiß ich nicht warum. 29 Gramm Geflügel. Also Pute und sowas kann man mehr essen. Aber 29 Gramm ist jetzt auch nicht so die üppige Menge. 13 Gramm Eier. Was wiegt denn ein Ei? Mehr. Also ja, also das ist weniger als ein Ei wiegt. Das heißt, ja dann kann man nur alle drei Tage ein Ei essen. Oder sowas. 31 Gramm Zucker. 50 Gramm Fett. Und 28 Gramm Fisch. Fisch auch nicht so viel. Ja, also das ist jetzt wirklich auch detaillfreudig. Nicht 28 Gramm Fisch. Ich muss allerdings den Italienern unter uns sagen, Nudeln sind jetzt nicht vorgekommen. Ist mir so aufgefallen, weil ich gerne Spaghetti esse. Sind nicht dabei. Ja, die muss man dann auf dem Schwarzmarkt besorgen. Ja, das steht da so in dem Buch drin. Also diese Detailfreude ist doch ziemlich verblüffend. Außerdem müsste es ja ständig weniger werden, weil es immer mehr Menschen gibt. Und die Gesamtmenge ist ja entscheidend für den Planeten. So Leute, jetzt haben wir ein bisschen Einblick in dieses Buch bekommen. Ich konnte mich nicht, ich konnte mich leider nicht dazu bringen, es absolut neutral zu kommentieren. Ich habe mir wirklich große Mühe gegeben. Und ich habe euch gesagt, diese grüne Überlebenswirtschaft, die ist ein bisschen depressiv. Also wird alles rationiert und so weiter. Und ihr braucht irgendein Glas Wasser ohne Grundsäure um Gottes Willen. Oder eine Tafel Schokolade, solange es die Schokolade noch gibt. Aber da sieht es ja jetzt ganz schlecht aus mit der Schokolade. Ich würde mir mal schnell noch ein bisschen was kaufen, dass es hart wird. Aber so ganz ohne irgendeine Emotion konnte ich das leider nicht vortragen. Ich habe mir mal ein Fazit. Also meines Erachtens, und das mache ich jetzt wirklich so, ist das eine ehrliche Analyse der Konsequenzen der Logik der Klimabewegung. Die sagen nicht die Wahrheit, die Leute, die einem vorgaukeln, die Sonne schickt keine Rechnung und sowas. Das stimmt alles nicht. Ich glaube, das, was Frau Herrmann analysiert hat, in dieser inneren Logik der Klimabewegung, da ist das alles richtig. Kapitalismus ist schuld an der Klimaerwärmung, meint sie. Drohendes Aussterben der Menschheit, das stresst sie also permanent, ist immer von Aussterben die Rede. Betrachtet wird hauptsächlich aber Deutschland. Sie sagt schon irgendwo mal, dass das natürlich nichts hilft, wenn nur Deutschland das macht, aber es geht um Deutschland. Entscheidend ist die Energie. Also es ist eigentlich vollkommen egal, ob man einen Kapitalismus hat oder einen Kommunismus oder eine Monarchie oder eine Oligarchie oder sonst was, weil es geht um die Energie, meines Erachtens, meiner Einschätzung. Es kommt vom Kapitalismus und schnürt sich auf eine einzige Fragestellung zusammen. Kriegen wir genug Energie für den Wohlstand? Und die Antwort ist nein. Keine Auswege. Ausstieg aus kapitalistischer Industriegesellschaft nach Frau Hoffmann ist notwendig. Umstieg auf Überlebenswirtschaft und Vorbild ist die Kriegswirtschaft in Großbritannien. Und dann zähle ich nochmal die Hauptknackpunkte auf. Keine Autos, keine Flugzeuge, kein Fleisch, keine neuen Wohnungen. Vieles wird rationiert. Extras mit Punktesystemen. Zeit für Gemeinsinn, Gleichheit macht glücklich. Industrie wird fast ganz demontiert. Keine Banken, keine Werbung, keine Werbung. Neue Arbeitsplätze, weil wir ja alle arbeitslos sind, in der Ökolandwirtschaft und in der Forstwirtschaft. Also auf dem Acker bin ich vollkommen unbegabt, möchte man gleich sagen. Ich habe Rückenschmerzen und sowas alles. Und auf dem Baum kann ich auch nicht klettern. Lebensmittelzuteilung über die Planetary Health Diet pro Tag. Das ist die Zukunft. 2500 Kalorien für jeden von uns. Das müsste man ja eigentlich mit dem Alter skalieren und dem Körpergewicht, oder? Also irgendwie auch so ein großer Hund braucht ja auch mehr zu futtern als ein Pudel. Aber ist für alle gleich. Okay, das macht ja glücklich, sind alle gleich. Also 7 Gramm Fleisch, 7 Gramm Fleisch und 29 Gramm Geflügel. Das wird also, da braucht man eine Briefwaage. Ja, und dann noch eine Bemerkung von mir im Fazit hier, was ich jetzt, also das mache ich ja nächstes Mal, eine Stellungnahme dazu. Wie gesagt, es ist eine brillante Analyse der dezidierten Logik der Klimabewegung. Oder der Klima, des Klimaschutz kann man nicht sagen. Also es ist ja, naja, da kommen wir nächstes Mal dazu. Der Klimabewegung. Bemerkung GG, das bin ich. Kriege, Armut, Bevölkerungswachstum, Freiheit, Selbstbestimmung und Würde des Menschen. Das hat was mit Selbstbestimmung zu tun. Dann Haustier kriegt das Essen zugeteilt, aber nicht Mensch. Oder doch, dann doch Mensch. Haustier, Würde. Die kommen alle nicht vor in diesem Buch. Diese Begriffe sind nicht definiert. Kriege kommen auch nicht vor. Ja, die Analyse der Logik, dieser Logik, die in sich stringent ist und logisch, kann ja sein, dass sie dann absolut recht hat. Dann sagt der Gante, ja, dem muss ich mich beugen, wir können nicht anders. Ja, ich beuge mich dem nicht. Ich werde dagegen argumentieren. Das mache ich dann nächstes Mal. Also Leute, das war, ich halte es nochmal hoch, der zusammengefasste Inhalt. Ich habe es versucht, den Thesen von Frau Hoffmann oder den Analysen möglichst gerecht zu werden. Wie gesagt, eine brillante, scharfsinnige Analyse der Konsequenzen ohne Verherrlichung oder ob, also einfach die Konsequenzen des Klimaschutzes, wie er eigentlich als Dekarbonisierung gefordert wird, das darzustellen. Und nächstes Mal dann eine Stellungnahme oder eine Analyse von mir, ob es nicht doch noch einen Ausweg gibt oder ob wir da landen müssen. Also das war es für heute. Teil 1, Teil 2, kommt das nächste Mal in einer Woche. Und hier ist nochmal mein Hinweis auf meine Homepage. Vielen Dank für diesmal und bis zum nächsten Mal.